Dieses Spang- und Zopfhalter-Set kommt in einer normalen Schachtel, also in einem Herzdeckel daher. Ich habe schon so ein ähnliches Set von einer anderen Firma, das kommt allerdings in einer schönen Pappschachtel daher. Das kann man natürlich als Tasche noch nutzen, also für die Kinder ist das hier noch schöner, ansonsten sind die beiden gleich die Sets, nur eben dass das rosa ist. Auch hier weiß ich nichts mit diesem Band anzufangen. Wie gesagt, hier ist nur diese Zachtel dabei, ansonsten hat man auch hier diese Spangen, die sind alle umhüllt mit Stoff, also so kann es nicht sieben, aber auch nicht richtig festhalten, weil an diese Haken kommen die Haare nicht. Alles ist mit Heißkleber gut befestigt und macht einen guten Eindruck. Ja, sind niedliche Sachen dabei, definitiv, sieht echt putzig aus. Und ja, das ist ein nettes Set, die kleinen Blümchen, Spangen und alle möglichen verschiedenen Haarspangen. Ja, wie auch das Grau ist von der anderen Firma, kann ich auch das empfehlen. Wie gesagt, hier ist halt nur so eine Schachtel, trotzdem ist die auch süß. Aber zu verschenken ist das ganz niedlich. Das sind die Schachtel.